Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und finally zur Auflösung, Freunde, für dieses wunderbare Gewinnspiel, wo ihr dieses schöne Stückchen gewinnen könnt, Freunde. Ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert mit der Auflösung, sorry dafür, Freunde, aber alles clean, wie immer, ich löse alle meine Gewinnspiele auf. Ja, ich hab noch nicht viele gemacht, aber die löse ich immer auf. Ich werde jetzt hier, ihr seht's hier unten, Freunde, ich mach's nochmal ein bisschen größer für euch, auf Profi angelehnt. Ich habe das Video auf dem erstmal dicken, dicken Kuss nochmal an alle, für dieses fette Feedback für den ersten Vlog, Alter. 66.000 Aufrufe, 5.800 Daumen nach oben und über 4.000 Kommentare, knapp 5.000 Leute haben kommentiert. Sehr, sehr nice. Ich werde auf jeden Fall den Vlog oder Vlogs allgemein immer machen, wenn es sich anbietet, einfach so auf entspannt. Ich werde auch ein bisschen daran arbeiten, dass es ein bisschen fresher wird, weil es auch sehr oft spontan hier ist, alles gedreht. Dass ihr Bescheid wisst, ich habe hier eine random Comment-Pick-Seite rausgesucht, ich habe hier die URL eingegeben, Hashtag BBM muss geschrieben worden sein. Insgesamt haben wir 3.441 Leute, die sich qualifiziert haben, einige haben doppelt geschrieben, einige haben auf Kommentare geantwortet, deswegen sind hier ein paar mehr Kommentare. Und keine Sorge, Hashtag BBM wird hier reingezählt mit Groß- und Kleinschreibung, beides. Und dann würde ich sagen, Freunde, drücken wir jetzt hier auf Start und der Gewinner muss sich nur unter diesem Video melden. Oder mir auf Instagram irgendwie ein Screenshot von seinem Account schicken, auf jeden Fall muss ich sehen, dass er er ist, ja. Ich muss ihn irgendwie ausfindig machen, das wird das anstrengendste, Freunde. Wenn sich der Gewinner, sagen wir innerhalb der nächsten zwei Wochen nicht meldet, ja, dann wird die Box neu verlost, weil ich die auf jeden Fall loswerden möchte. Wenigstens ich nicht gerne hätte, aber ich habe euch ja das Gewinnspiel versprochen, deswegen würde ich sagen, gibt es zwei Wochen Zeit. Vielleicht, wenn sich danach keiner meldet, dann werde ich das Ganze neu ausraffeln und wir drücken jetzt auf Start, Freunde. 3, 2, 1, let's go. Oh, die Namen. Oha, Digga, so eine Profi-Animation hier. Der Winner ist Big Mac. Bann den weg, Big Mac. Winner Big Mac. Nice, I'm lucky, gerne mehr. Kann ich den Kommentar auch sehen jetzt hier? Ah, Big Mac. Dieser Big Mac, du musst mir schreiben, Bruder. Du musst mir schreiben, ich werde noch ganz kurz checken, ob du mich abonniert hast. Das war die Voraussetzung, Bro. Wenn du mich nicht abonniert hast, dann gibt es Ärger gleich, ja? Dann gibt es Ärger. Okay, der Bruder hat mich abonniert, also alles clean, alles fresh, Freunde, alles nach den Regeln. Eingehalten. Big Mac, Bruder, schreib mir. Ich glaube, anhand deines Profilbildes, du wirst dich sehr über diese Box freuen, wie gesagt. Einige Unterschriften haben etwas gelitten, aber die von Sunny und von Kolle sind noch einigermaßen sichtbar. Die Mavi-Jungs haben unterschrieben. Yuri, Tubos Unterschrift ist ein bisschen weg. Asch hat unterschrieben. Sensor hier oben noch Yunus und ich. Und es haben auch einige gefragt. Natürlich ist die Box auch noch vollständig. Ich habe damit nichts gemacht. Da ist noch alles drin. Bruder, schick mir am besten auf Instagram deine Adresse, Digga. Schick mir auf Instagram deine Adresse, wo ich aber auch einen Screenshot nochmal brauche, dass du wirklich du bist von deinem YouTube-Account, ja? Und dann schick mir deine Adresse. Ich schicke dir das zu, Bruder. Kurs geht raus. Danke, weil alle, die dir mitgemacht haben. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Gewinnspiel, beim nächsten Vlog oder heute um 0 Uhr bei den neuen Videos. Ich freue mich sehr. Habt einen wunderbaren Tag von Webfresh. Und ciao.